Kannst du die FNAF-Karte anhand ihrer Stimme erkennen? Das probieren wir heute aus. Kleines Quiz für euch. Ich habe ein paar Stimmen zusammengesammelt. Ihr hört immer erst mal die Stimme und dann gebe ich euch 10 Sekunden Zeit. Mal schauen, wie viele ihr am Ende richtig habt. Gerne am Ende in die Kommentare schreiben, wie viele Stimmen ihr richtig hattet. Ich bin echt gespannt. Mich solche Art von Videos gefallen, gerne auf Abonnieren klicken für mehr solche coolen Videos. Wir starten erstmal ganz einfach. Runde 1. Habt ihr es richtig gehabt? Das war Ballora. Ich sage ja, das war jetzt erstmal ziemlich, ziemlich einfach. Es kommen auch ein paar einfache vor, keine Angst. Runde 2. Oh oh, how unfortunate. Oh oh, how unfortunate. I know how much you like to fight. So I'll add a new problem to your night. Das war auch ziemlich einfach. Didi, Ultimate Custom Night. Runde 3. Ha 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 ha. Never underestimate the cunning of a pirate. Or a fox for that matter. Faxi. Auch super, super easy. Ready for the next round? Hier kommt der nächste Animatronic. Aus der Ultimate Custom Night. Fred Bear. Nächste Runde. Es scheint, dass du es nicht in meine Show bringen kannst. Also habe ich das Show zu dir gebracht. Custom Night. Also auch Ultimate Custom Night. Fun. Time. Faxi. Jetzt bin ich gespannt, ob ihr den Animatronic erkennt. We've only just begun. I will never let you leave. I will never let you rest. Habt ihr es gewusst? Happy Frog. Ich hätte es an der Stimme ehrlich gesagt nicht erkannt. Next round. Greetings from the fire and from the one you should not have killed. Jacko Chica. Würde ich eher sogar als einfach einstufen. So, die nächste Runde. I've been looking for you. And now I will never let you go. Hättet ihr das gewusst? Ich habe extra den Anfang weglassen. Lefty. Weil wäre das Schhhhhh drin blieben. Ich glaube, das hätt's verraten. Nächste Runde. Tareka, ko-ko-kara o-ro-ste-gure. Und? Richtige Antwort gehabt? Mangle. Ja, das ist aus einer Cutscene aus der Ultimate Custom Night. Nächste Runde. He's here and always watching. The one you shouldn't have killed. Und das war Mangle. Hm? Nur mal schauen, ob sie das wisst. Knock, knock. Knock, knock. I'm here. Well, it seems that your journey has ended. Very sorry about that. It was always gonna end this way, of course. Ich habe das wirklich sehr stark verkürzen müssen, weil es ging über zwei Minuten, der Dialog. Das war Mr. Hippo. Ja, der hält ja einen halben Roman. Dann, ja, eigentlich schon cooler Amatronic. Next one. This is how it feels. And you get to experience it over and over and over again. Forever. I will never let you leave. Wer hat's gewusst? NetBear. Hätte ich jetzt auch nicht gewusst, ehrlich gesagt. Das sollte jetzt wieder einfach sein. Let's take this death. Again. And again. And again. Das war jetzt doch ein bisschen einfacher. Nightmare Rian, Ultimate Castle Knight. Weiter geht's. Nächste Runde. I have always been hiding in your shadow. Nightmare Freddy. Hat auch eine ziemlich coole Stimme, ganz ehrlich. Next one. Und die richtig coole Stimme gehört zu Nightmare. Ein paar haben wir noch. Das ist jetzt wieder ziemlich einfach. Come closer. Auch ein ziemlich nerviger Gegner, auch wenn das Design cool ist. Nightmare Balloon Boy. Next one. He tried to release you. He tried to release us. But I'm not gonna let that happen. I will hold you here. I will keep you here. Und wer hätt's gewusst? Ich hätt's nicht gewusst. Orville Elephant. Und der nächste Animatronic. If you sit by the river long enough, you will see the body of your enemy float by. Hehehehehehehehe. Okay, ganz ehrlich. Ich glaub, die Melodie am Ende hat's verraten. Das war Pickpatch. Ein paar haben wir noch. Next one. What a fine day, to come here and say, bit your face and flesh, I must play. Und wer wusste das? Rockstar Barney. Das wir, glaub ich, immer die Gitarre dann von ihm suchen müssen, bevor, äh, sonst jumpscattert Nächster Animatronic. Whoops, looks like you're the one that slipped up this time. Auch aus der alten Mikasa Knight. Rockstar Chica. So, und das ist jetzt wirklich easy. Und das war natürlich Scrap Trap. Ich sag jetzt bewusst Scrap Trap, weil die Voiceline war aus Five Nights at Freddy's Six. Deswegen sag ich das Scrap Trap. Vier haben wir noch. So, mal schauen, ob's da draufkommt. Look at that untamed fur. That amazing silky sheen. He'll be mine by the end of the day. I just know it. Und die Stimme gehört zu... Toy Chica. Das war auch aus einer Cutscene aus der Ultimate Custom Night. Das ist jetzt auch wieder easy. It's not my fault. I have these fat plastic fingers and can't press with buttons. Das war natürlich Toy Freddy. Ja, das war auch immer so eine Sache, die man irgendwie... Dass man den halt erweiten kann, weil es... Vorletzte Runde. I never thought I'd make it to the event, but now we are together. Und die Stimme gehört natürlich zu Withered Chica. Auch coole Stimme. Letzte Runde. Also es hat mir 26 Runden. Und die finale Stimme gehört zu... Withered Barney. Jetzt haben wir 26 Runden durch. Gerne in die Kommentare schreiben, wie viele Animatorings ihr richtig hattet. Ich würde mal safe sagen, von 26 hätte ich zumindest 10 bis 12 richtig gehabt. Mindestens. Also ich hätte mich wahrscheinlich recht gut geschlagen. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.